Ich denke, damit sind wir mit der Hardware erst mal soweit durch und können ein bisschen weiter zur Software oder genauer gesagt zur Custom-Firmware natürlich. Wir haben ja schon gesehen, ist ein ESP8266, das heißt prinzipiell können wir da beliebige Sachen drauf spielen. Einfach Arduino oder EDF oder sowas aufmachen, Software programmieren drauf und gut ist. Wer was Fertiges sucht, da gibt es natürlich auch fertige Software. Relativ bekannt ist zum Beispiel TASMOTA, das ist das, was ich jetzt hier nutzen möchte. Hiermit lässt sich das Modul dann über ein Webinterface bedienen oder auch mit dem MQTT-Server verbinden und hinten dran dann zum Beispiel mit Home Assistant oder ähnlichem. Wichtig dabei und noch mal der übliche Warn-Disclaimer von mir, in der Standardkonfiguration arbeitet TASMOTA so nach IoT-Standard, also es gibt keine Sicherheit. Es gibt nichts an Verschlüsselung oder irgendwas an nennenswerten Zugangsschutz. Das heißt also, wer im WLAN drin ist, kommt auch dran. Ist eigentlich ein bisschen unschön, weil sobald dann ihr zum Beispiel irgendein Gerät im WLAN habt, was von Dritten übernommen wird durch einen Softwarefehler, hat derjenige dann auch automatisch Zugriff auf alle TASMOTA-Geräte im selben Netz, einfach weil da nichts an Schutz existiert. Schöner wäre, wenn da TLS oder so und Passwörter noch benutzt würden. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, ein ESP8266 ist halt sehr dünn, was Verschlüsselung angeht. Es gibt da leider recht wenig Hardwarebeschleunigung und für Software ist der Speicher da extrem knapp. Also ich kann irgendwo verstehen, warum die halt sagen, okay, Sicherheit müssen wir weglassen. Passt halt einfach nicht. Wer damit rumspielen möchte, im Quellcode von TASMOTA ist MQTT, TLS und so auch drin. Kann man aktivieren, muss man dann gucken. Je nach Controller muss man da ein paar andere Funktionen dann rauskanten, sodass das dann noch am Ende gut geht. Fürs Programmieren, da braucht man wie üblich so einen USB-Auf-Seriell-Wandler, oder TTL-Wandler ist es ja im Endeffekt. Gegebenenfalls natürlich passende Treiber für sein Betriebssystem. Gerade Windows ist da ja etwas wählerig, was das angeht. Ich schätze aber die meisten von euch, die werden schon daheim irgendwas passendes rumliegen haben und kennen das ja schon. Ich meine, jeder ESP oder Arduino nutzt im Prinzip dasselbe. Der Anschluss zwischen dem Converter und dem Shelly selber, der erfolgt dann über diese Rückseitenleiste, die von außen direkt zugänglich ist. Wichtig dabei, beim Programmieren darf der Shelly nicht ans Stromnetz angeschlossen sein. Wir erinnern uns, alles in dem Ding ist direkt mit Netz verbunden. Das heißt also auch hier diese Programmierpins. Wenn ihr da messt Richtung Erde, kann es passieren, dass da irgendwie unsere 230 Volt Wechselspannung rauskommen. Da möchtet ihr nicht dran packen. Das verwandelt sonst im Zweifelsfall das Gerät und euch in einen etwas dampfenden Haufen. Das aus der Welt, die Pinnbelegung, die seht ihr hier. Allerdings muss ich noch einen Stern dran machen und zwar dieser Anschluss hier hinten. Die sind leider nicht im üblichen 2,54 Millimeter Raster, was man so nutzt und wo auch dann diese Standardkabel hinpassen. Das hier ist ein 1,27 Millimeter Raster. Ist jetzt auch ein Standard, aber es passt halt nicht. Hier muss man also erst irgendwie mit dünnen Drähten irgendwie sich was basteln oder halt einen passenden Raptor nutzen, wenn man sowas da hat. Ist ein bisschen nervig, insbesondere weil halt die älteren Shelly-Modelle wie der Shelly 1 oder das hier ist 1PM. Die haben halt hinten einfach das 2,5er Raster oder 2,54er Raster drauf. Das macht es natürlich einfacher, aber den Luxus haben wir hier halt leider nicht. Software-technisch, da gibt es zum Flaschen von Tasmota dann verschiedene Möglichkeiten. Eine, das wäre der sogenannte Web-Installer. Der nutzt Web-USB, um direkt aus dem Browser die Firmware auf eurem Schalter zu programmieren. Das klingt ein bisschen creepy und funktioniert auch nur mit Chrome-basierten Browsern, aber ehrlich gesagt ist es relativ komfortabel. Man wählt einfach die Firmware aus. Standard ist dabei meistens die, die man haben will. Dann wird man nach einem Port gefragt, wo der USB-Serial-Konverter dran ist und nach einem kurzen Moment ist alles fertig, ohne dass man irgendwas installieren muss, ohne dass man was runterladen muss. Ja, okay, ich sehe, hat was. Alternativ gibt es Tasmotizer. Das ist eine Python-basierte GUI. Das heißt also, sollte mit allen gängigen Betriebssystemen laufen. Wenn wir hier auf der Projektseite mal gucken, da gibt es entsprechend Binaries für Windows, Linux und was weiß ich noch alles. Kann man dann einfach starten, kriegt man hier so einen schönen Bildschirm und hier geht es im Prinzip ähnlich. Man kann unten sagen, okay, ich möchte den Release und zwar den Standard, wählt dann aus welchen Comport man haben will und nach einer kurzen Wartezeit ist die frische Software dann nutzbar. Kleiner Bonus. Tasmotizer hat dann noch ein paar Funktionen, die beim Webinstaller bisher nicht drin sind. Und zwar kann man hier Konfigurationen auch an den Shelly senden. Das heißt also Sachen wie zum Beispiel die Zugangsdaten für das WLAN oder für MQTT. Die kann man direkt dann hier am PC eingeben, direkt da drauf machen. Das macht dann die Einrichtung ein bisschen schneller und angenehmer. Zuletzt, da kann man die Programmierung auch natürlich noch klassisch per Hand machen. Die fertigen Binärdateien, die gibt es bei Tasmotor im Download-Bereich und dann kann man da zum Beispiel ESP-Tool nutzen, um die wie üblich zum ESP zu übertragen. Ändert nicht wirklich was dran, wie es am Ende funktioniert. Ist aber eventuell für den ein oder anderen ein bisschen angenehmer, wenn er da die bekannten Tools, sage ich mal, nutzen kann und nicht noch irgendwie was installieren muss oder in Chrome wechseln muss. Also Software drauf, dann versorgen wir das Ding mit Strom und lassen es erst mal starten. Das geht entweder auch über die Anschlüsse an der Rückseite. Alternativ ans Netz anklemmen, dann aber aufpassen, dass ihr wirklich nichts an Serial noch dran habt. Also auch nicht log oder so mitlesen. Das macht PCs und Geräte und euch kaputt. Normalerweise braucht man es aber auch nicht, denn sofern man nicht mit Tasmotizer oder so die Config schon vorher drauf gestellt hat, macht der neues WLAN auf. Das heißt dann irgendwie Tasmota und dann Teile der MAC-Adresse. Mit dem kann man sich verbinden und dann sollte der Browser automatisch den Einrichtungsassistenten fürs WLAN öffnen. Wenn es nicht automatisch aufgeht, Legacy IP ist die 192 168 4.1. Die kann man dann im Browser aufrufen, kriegt eine Liste mit den WLANs, die er aktuell sieht, kann es anklicken oder per Hand eingeben, Passwort eingeben und im Prinzip war es das dann schon. Nach dem Speichern startet das Modul neu und ist dann unter der neuen IP im gewählten WLAN erreichbar. Wenn ihr Glück habt, da seht ihr die IP, die neue ist direkt auf dem Bildschirm. Der versucht die noch vorher irgendwie zu übertragen. Ansonsten, wenn das nicht geht, müsst ihr im DHCP-Server nachsehen. Viele Router oder Systeme wie zum Beispiel Fritzbox oder Unifi, die haben da passende Client-Listen, wo man dann die IP nachgucken kann. Wenn alles funktioniert hat, sollten wir also jetzt im lokalen Netz im Browser das Ding öffnen können, kriegen dann Webinterface und können das Ding steuern. Wobei, besser nicht, denn aktuell weiß die Software noch nichts davon, welche Hardware sie darunter hat. Entsprechend sehen wir hier auch nur einen Schalter, ist ja ein Zweischalter-Ding. Das sollten wir also ändern. Um das zu beheben, da gehen wir auf Configuration, dann auf Configure Other und oben da gibt es ein sogenanntes Template. Das ist quasi die Beschreibung, wie sieht denn meine Hardware aus. Was da rein muss, das findet sich in der passenden Hilfe-Seite von der Tasten-Motor-Anleitung. Einfach hier gucken, was man braucht. Es gibt hier zwei Varianten, die für normale Schalter, die an- und ausgehen und dann welche für Taster, wo man also nur kurz drücken kann. Das passende Kopieren, hier ins Feld einfügen, noch den Haken Activate setzen und speichern. Dauert dann wieder, das Ding startet wieder neu und danach sollten wir aber auf der Startseite jetzt auch alles richtig haben, so wie das erwarten. Das heißt also zwei Sachen, die wir schalten können und auch die ganzen Strommessungen, die müssten jetzt hier mit auftauchen. Gleichzeitig sorgt das Template auch dafür, dass die Schalter, also die Eingänge und die Ausgänge wieder verknüpft werden. Das heißt also auch das Schalten per Schalter ist erst ab dem Moment wieder möglich, weil es halt komplett in Software gelöst ist. Heißt im Übrigen auch, dass man theoretisch hingehen kann, wenn ihr noch ein bisschen erweiterte Konfiguration machen wollt und man könnte jetzt die Eingänge und Ausgänge trennen, sodass man zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, den Schalter nutzt für etwas, was gar nicht hier am Relais hängt oder was auch immer. In der Hilfe ist dann noch viel mehr beschrieben. Zum Beispiel kann man die Strommessung kalibrieren. Ich konnte da keine Abweichung feststellen zu meinem Messgerät, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt. Unter Configuration gibt es dann auch noch weitere Sachen wie Configure MQTT, womit man dann entsprechend dann die Sache einrichten kann für seinen MQTT Server oder Home Assistant oder sonst was. Bonus im Übrigen, wenn ihr MQTT einrichtet, Home Assistant findet die Dinge automatisch. Das heißt, da gibt es eine Integration dafür und der findet alle Shelleys im selben Netz, wo er dran kommt, automatisch und kann die hier entsprechend dann einrichten. Und wenn wir uns das hier mal angucken, wie das aussieht in Home Assistant, haben wir jede Menge Entitäten, die jetzt hier direkt automatisch aktiv sind. Es gibt noch ein paar, die inaktiv sind. Ich habe die schon teilweise umbenannt, deswegen nicht wundern. Wir haben aber im Prinzip die zwei Schalter hier, die wir dann ein- und ausschalten können. Dann haben wir zu jedem da die entsprechende Leistungswerte. Das heißt einmal Watt, wir haben VA für die Apparent Power, wir haben den Strom, also Current, Cosinus V als Power Factor, die Frequenz und dann VAR als reaktive Power. So können wir das Ganze dann hier auch steuern. Es gibt auch noch hier Zähler, das heißt also, wir sehen jetzt, wie viele Kilowattstunden haben wir heute verbraucht, wie viele Kilowattstunden haben wir insgesamt verbraucht. Spannung natürlich, die geht aber nur, wenn man irgendwas eingeschaltet hat. Und es gibt auch noch deaktivierte Elemente. Teilweise habe ich es aktiviert, teilweise nicht. Also sowas wie, wann hat das Ding zuletzt neu gestartet, welche IP hat es oder auch hier Signalstärke. Ist also im Prinzip alles hier direkt erreichbar. Was ihr eventuell gesehen habt, wenn ich hier Schalter ein oder aus, die Energie hier, die geht nicht direkt hoch. Das hat auch einen relativ einfachen Grund. Und zwar zählen diese Energiewerte unter Telemetriedaten. Und TASMOTA übermittelt diese Telemetriedaten standardmäßig nur alle fünf Minuten. Was man da machen kann, ist unter Configuration und dann Configure Logging das entsprechend runterstellen. Das ist hier unten die Telemetry Period. Die kann man entsprechend dann auf einen kleineren Wert stellen. Ich glaube, Minimum ist zehn Sekunden. Wenn man das macht, dann kriegt man entsprechend dann auch die Leistungswerte ein bisschen zeitnah. Dann wird die Leitungen mit der Leitungen herauszufinden. Ich bin ein bisschen dann schmerz. Ich bin ein bisschen verbundet. Aber das ist ... ...